was geht ab willkommen heute machen wir wieder einen epischen spinn ich kann hier für jeden tag machen ich weiß auch nicht was zurzeit los ist es ist auf jeden fall wild auch die ja wieso kommt das bäscher skin so spät egal wir machen noch ein paar free spins bis dann okay wir machen drei grad als würden wir inne ja zum vorletzten wenn jetzt episches epischer skin kommt junge ich fühle ich fühle weil dann könnte ich noch das ist immer das gleiche ja das ist halt immer das gleiche ist kommt so knapp aber ja okay der kommt jetzt auch echt scheiße der kam so gut aber aber war so langsam egal mehr kann ich leider nichts machen egal rein bis dann